Ich komponiere und musisiere jeden Tag. Ich telefoniere und schwabroniere so oft ich mag. Lachen ist mein Leibgericht, hilft leider gegen Walten nicht. Interessant und relevant, so bleibt das Leben sehr charmant. Ich organisiere und jongliere jeden Tag. Ich gewinne und verliere so oft ich mag. Lachen ist mein Leibgericht, hilft leider gegen Walten nicht. Interessant und relevant, so bleibt das Leben sehr charmant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017